Ja, kann man tatsächlich. Das war in meiner letzten Mission immer an der italienischen Küste. Aber wenn wir jetzt rübergezogen sind, zufällig, abends um 10 oder um 11, da habe ich hier Botepunkte an der Küste gesehen. Und dann ist mir eingefallen, das sind Feuerwerke für Touristen, die auf jeden Tag durch die Stadt sitzen im Sommer. Und ich glaube, ich habe das scheinbar auch noch parallel an das Feuerwerk. Und das kann man tatsächlich von hier oben nehmen. Ja, wir haben hier vorne gesucht, in Beikon oder in Letztro und auf dem Skischuhl. Und in jeder von der linken Richtung, da wird heben, das ist ja manchmal recht. Das ist ja manchmal recht, weil es manchmal nur eine andere Gruppe ist, dann hört man auf. Und dann links kann man von noch mal und rechts kommen noch mal und bis je fährt. Das ist ja manchmal recht.